Herzlich Willkommen im Erlebnispark Elefantenreservat Starkenberg. Direkt hinter dem Eingangsbereich befindet sich eine riesen Wasserrutsche. Neben einem Entspannungsbereich mit Kaffee und Kuchen. Tropical Imbiss, an denen es leckere Mahlzeiten, Eis, warme und kalte Getränke gibt. Das großzügige Elefantenreservat beherbergt afrikanische und asiatische Elefanten. Tolle Hüpfburgen und einen abenteuerlichen Indoor-Spielplatz erwarten dich in den gräumigen Zirkuszelten. An der riesen Wasserrutsche gibt es Abkühlung für die Kids. Kaninchen zum Beobachten. Wattusi-Rinder zum Anfassen. Und natürlich ein großer Streichelzoo darf auch nicht fehlen. Mini-Shetland-Ponys, Esel, Alpakas, alle handzahm zum Streicheln und Putzen. Auch die Mini-Schweine genießen ihre Streichel-Einheiten. Die Ranger kümmern sich um das Wohl der Tiere, freilaufende Zahne, Streichelzwergziegen, Hühner und sogar ein Mops. Zebroide nennen sie sich. Es sind Kreuzungen zwischen Pferd und Zebras. In Entenhausen können die Enten gefüttert werden. Im hinteren Bereich tummeln sich die Kamele. Die Wappentiere des Erlebnisparks sind die Elefanten. Du kannst sie füttern, auf ihnen reiten und ein einmaliges Erinnerungsfoto mit ihnen machen. Die Wappentiere des Erlebnisparks sind die Kamele. Wir freuen uns auf deinen Besuch.